Herr Doktor, bei mir läuft was verkehrt, die Lady hat mir den Kopf verdreht und überhaupt, sie schaut mich immer so komisch an. Ich funktionier sonst wirklich normal, nur bei ihr ist das gar nicht der Fall. Da macht es Glück in meinem Kopf und ich steh stramm. Herr Doktor, sie trampelt auf meiner Seele rum, ich weh mich nicht, ich guck bloß dumm. Und bevor ich reagier, spielt sie Adam und Eva mit mir. Bitte, Herr Doktor, machen Sie mich doch immun, reparieren Sie mich schnell, wir müssen was dagegen tun. Bitte, Herr Doktor, ich will kein Valium. Mein EKG ist völlig okay, was sie mit mir macht, tut ja nicht einmal weh. Doch es macht Glück in meinem Kopf und es passiert. Herr Doktor, Sie wollen Sie wirklich sehen? Na ja, ich werd das irgendwie drehen. Ich schick Sie morgen hier vorbei. Bitte, Herr Doktor, ich will kein Valium. Das geben Sie besser ihr oder klar nicht ein Narkotikum. Herr Doktor, was wollen Sie nachts von mir? Sie klingeln hier an meiner Tür und sagen mir in Ihrem Kopf, da macht es jetzt Glück. Herr Doktor, ich seh schon, sie hat's hier erwischt. Doch bleiben Sie Optimist. Strengen Sie sich einfach an oder geben Sie ihr bald Rian. Danke, Herr Doktor, Sie haben das gut gelöst. Ich werde Sie empfehlen und sein Sie mir bitte nicht mitbös. Danke, Herr Doktor und auf Wiedersehen. Behandeln Sie sich gut und grüßen Sie die Lady recht schön. Danke, Herr Doktor und auf Wiedersehen.